Dein Ballschub wurde aufgewertet soweit ich weiß es tempo der hammer wieder los wie cool ist das ich glaube den den look klasse der ist echt cool was mich aber interessieren würde potz angefertigte anzug ist so gestalt dass er das wachs in aller pflanzenform beschleunigt ist aber cool wie diesmal geht schon so und das nicht tag geht nach oben läuft doch drei schiffsteil haben wir schon und sehen nur noch fünfe sechse was so und und so war ich höre ein kristall ein kristallolid mit dir weg mit dir hier schweben manche dinge was muss ich habe sicherzustellen warum oder was ist das ein f wofür ist dieses f wofür ist dieses f ich weiß es nicht wisst ihr es schreibt es in die kommentare ich weiß nicht wofür das f ist na gut da ist die sternpflanze ich weiß aber sonst gibt es hier oben nichts mehr was ich dieses siehe dann habe ich mir jetzt ein ziel überlegt oder ausgesucht wenn ich jetzt wieder finden würde nein wo ist es denn wo ist es denn wo ist es denn ich finde es nicht acht da hinten bingo ah ah was dann fliegen wir doch mal dahinter wiii ja ist ein bisschen eintümig jetzt gerade der flug naja und ja eure woche bisher sind so es müsste jetzt abend lasst mal auf die uhrzeit schauen am mittwoch müsste ja diese diese folge kommen und da ist in Bayern jetzt auch schon die schule wieder losgegangen das ist ein bildschirmtrick das ist keine mücke ich würde mal sagen ne aber da ist ja die schule ist ja schon wieder losgegangen auch für mich was das unten so schimmert ich bin neugierig und ja wie ist denn für euch die schule losgegangen war es interessant war es uninteressant ähm wie ist euer stundenplan habt ihr schon einen oder noch nicht in welcher klasse seid ihr hat für euch die schule neu begonnen ist auch für einige schüler jetzt hat gewiesen damit äh das schulleben jetzt erst losgehen was ist das so ein teleporter und ja für einige geht jetzt erst schule eben richtig los sind eingeschult ähm zählt er dazu oder seid ihr welche wo schon länger dabei sind oder wo jetzt ja jetzt sogar schule gewechselt haben das heißt also von ähm von dann ja ich weiß eine neue florform von von oh ein gabel richter ballistische florform wie feuerwehr nur wenig exaktiv okay ähm ein erklimmbarer leuchtende florform wenn die seiner tischlappe werden ausgestattet angesagten okay da geht's runter oder da hab ich noch nicht hin ähm ne oder seid ihr grad so weit damit äh ihr ähm ähm die schule wechsel oder oder auf die ähm krealschule gibt gibt er das weiter weiter einiges ähm Ja, einfach mal reinschreiben Was ihr denn so jetzt macht In der Schule Wenn ich hier irgendwie etwas bescheuert Herumfliege, weil ich nicht weiß, wo es hingehen soll Aha Da hoch also Bloß wie habe ich Ah, jetzt hat Nein Ich glaube, das ist unser Tod Und auch nicht Nein, falsch, Taste Herausforderung Nochmal neu Nein Nochmal Hallo Dann eben doch dich Äh, hallo Ah, jetzt hier oben geht noch weiter Ach, super Super, 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 super Wo denn jetzt Da hin Okay Und da, und da, oder? Hä? Wie, noch nicht zu Ende Okay, ich lasse es Ach, das wäre noch Warte Nee Nein, danke Äh, wohin wollten wir Dahinter wollten wir Ach, nee, dahin gehen wir Ja Ich Apfel Ich, nee Ich, nee Sie lief nicht Ah, das ist doch mit so einer Herausforderung Hm, dahin möchte ich Und ich will doch nur darunter ok ich wieder rein da rein weh